So, speichern, 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 so. Konfrontation mit Ronen hieß die letzte, das letzte Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt heißt. So, auf zu Nava. Ist hier noch was drin? Ja, noch eins. Sehr schön. Okay, wir sind wieder vollgeheilt. Kotfrontation. Ekehaft, ekehaft. Na gut, dann gehen wir mal zu dem Dude am Hafen. Und schauen wir mal. Es wäre ja noch witziger, wenn wir das heute wirklich noch packen würden, das Spiel, aber ich glaube es bald nicht. So, das müsste dann quasi hier sein. Das war doch der, der uns nicht wohlgesonnen war, ne? Aber Musik klingt schon mal interessant. Na, war es verließ. Was? Wie nah war es verließ? Wieso denn verließ? Okay. Mal aufgehen. War ich hier unten nicht schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Viecher haben auch nichts. War hier noch nicht, oder? Achso, brauche ich nicht mehr. Ganz schön nass hier in seinem Keller. Muss ich ihn jetzt noch bekämpfen? Oh Gott. Komm her. Bleib doch hier, du nötig. Tor 1, Tor 2 oder 3. Das ist, glaube ich, der Wassertempel. Und der Wasserhöhle ist das. Ja. Und der Wasserhöhle. Oh, hi. Oh Gott. Hier sind ja noch mehr Türen. Gänge. Gingens. Oh je. Ich finde den richtigen Eingang. Ja, super. Gehen wir hier rein. Diese Typen habe ich ja gefressen wie von Schmierseife. Die habe ich ja echt gehasst. Super. Darfst zwölf Kristallkugeln sammeln? Okay. Zwölf? Zwölf? Wie kommt die Zahl denn jetzt zustande? Hallo? Was das denn gerade? Frau Schafi hat sich gerade die Nase geschneut. Brrrr. Aua. Ne, ich habe es nur gehört. Alles gut. Äh. Ach so, warte. Bombe. Zwölf auch raus. Nee, hier ist keine Post. Äh. Äh. Oh. Janu? Komm ich hier nicht mehr raus, oder was? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ähm. Hallo? Was ist denn das jetzt? Hä? Hä? Ich weiß, was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Ich habe keine Ahnung, ob das so soll. Ich kann es euch nicht sagen. Ach, guck mal da. Hä? Ja, vielleicht ist da unter einem irgendwas versteckt. Das weiß man ja nicht. Nee, toll. Äh. Jetzt haben sie sich echt nochmal was einfallen lassen hier zum Ende. Oh, nee. Das sind alles Räume, wo ich schon mal war. Ich muss den richtigen Ausgang finden, hoffentlich. Aua. Da. Ja, super. Äh. Ich habe keine Ahnung, ich gehe mal hier rein. Oh. War ich nicht gerade erst? Geben wir in die drei rein. Ach, guck mal, ist ein anderer Traum. Aua. Ich will wieder mit Hüpfen. Dankeschön. Äh. Bleib doch mal da. Ey, du blöd ist viel. Hm. Hm. Nee. Äh. Oh, guck mal. Hier, das sieht anders aus. Ja, egal. Ich gehe immer in die Tür drei rein, aktuell. Vielleicht ist das der Weg, wo ich hin muss. Äh, was? Das wirkt wie bei Legend of Zelda für ein Game Boy. Du läufst im Kreis. Ja, das ist richtig. Der Kreis ist ja auch heiß. Hä? 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 Ähm. Hä? Wo bin ich? Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus, oder was? Das ist ja lustig. Ganz toll. Hä? Äh, pfff. Keine Ahnung. Kommt man von da rein? Nee. Guck, geht's gar nicht weiter. Was für ein Quatsch. Geck, gefad. So, ähm. Bin ich eben auch schon reingegangen? Ach, guck mal. Äh. Derjenige, der durch dieses Tor gehen will, muss zuerst jede Kammer erleuchten. Was? Etwas fällt in der Ferne mit einem dumpfen Schlag zu Boden. Willst du mich verarschen? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Das sind die zwölf Säulen. Ah! Ach. Okay. Ich soll, äh, Säulen. Wie soll ich denn da hochkommen? Fische töten wahrscheinlich. Aua. Komm her. Komm. Komm, fisch, fisch. Fisch Nummer eins. Komm. Ja, fisch Nummer zwei. Komm, fisch. Jawoll. Ha, ha, ha. Ach, scheiße. Oh, Mann, oh. Alle zwölf Kammern. Oh, je. So, dann fangen wir direkt hier bei der ersten an. Äh. Äh. Ähm. Ja, okay. Hier komme ich nicht mehr hoch. Gut. Ah. Komm her, du. Weiß wie. Wann, oh. Mit dem Stab? Ich wäre nicht mehr hochgekommen. Au. Schau, 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 gehst du weg. So, hier kommen wir. Eigentlich easy hin. Ja, so geht's auch. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Nicht schon bitte der Kackraum. Gut. Hier ist also irgendwo... Aua. So ein Ding ins Versteck. Gibt's hier. Gucken wir mal, wo jetzt hier die... Säule der Erleuchtung versteckt ist. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier reinfalle. Nein, das ist falsch. Äh. Ah, da ist sie. Super. Das vorletzte Ding, was ich aufmache, oder wie? Äh. Geht das? Natürlich nicht. Ne. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Keine Ahnung. Ich will hier raus. Ah, jetzt. So, okay. Äh, mit einem Stab eventuell. Ne, ich glaube, es ist einfacher, von drüben rüber zu hüpfen. Probieren's mal. No. Oh. Ich glaube, das geht nicht, ne? Ne. Ich muss ja eh dran klopfen. Also. Gut, dann haben wir den. Hier nur wieder. Aua. So. Da ist die Säule. Okay, ich wollte jetzt gerade schon fragen, wo ist denn die Säule? Äh. Hä? Oh, ne. Was ist denn das für ein Quatsch? Hä? Och, komm schon. Das ist doch blöd. Hallo, Fisch? Ja. Okay. Auch ist im Wasser geklatscht. Die Säule hier oben hab ich doch schon, oder? Jo, die hab ich schon. Dann kann ich hier weitergehen. Oh, jo. Au. 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 Die hab ich auch schon. Da war ich auch schon im Ersten. Tschüss. Oh. 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 Gut, die haben wir auch schon. Okay. Geh ich hier mal den Zweiten? Na ja. Muss ich nicht immer alle platt machen. Wo bist du her? Komm her, du. Manchmal wollen die nicht, ne? Ich. Schau das mal. So, hier nochmal den Ersten. Oh. Okay. Hier, den hab ich auch schon aktiviert. Den geh ich mal hier rein. Och, nö. Ich komm immer in dieselben Räume. Aua. Geh hier rein. Ah, der sieht so anders aus. Glaube ich. Oder? Jo. Hier war ich noch nicht. Weck mir dir, du Vieh. Ach, ja. Hier war ich noch gar nicht, glaub ich. So, wieder in den Ersten. Oh, hier war ich doch auch schon. Mano. Ich sehe hier eine Connection zwischen den Räumen. Irgendwie so. Ach, hier. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, das. 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 Hier ist auch gar kein Raum, oder? Ist hier mal ein Durchgang? Ach, da ist einer. Ach, da unten reicht aber auch schon einer. Den hab ich nicht gesehen. Okay. Ah ja. Hier ist eine Kiste versteckt. Guck mal. Komm mal da ran. Wahrscheinlich, wenn man... Hä? Das Viech bleibt noch. Guck an. Ein goldener Falke. Schön. Was ist hier drunter? Ach so, okay. Das sind einfach nur die Dinger. Ah ja. Okay. Hier haben wir schon. Ja, ich mein, es wäre ja auch zu einfach gewesen, jetzt einfach hierher zu latschen und das Wappen zu holen. Das wäre natürlich viel zu einfach gewesen, ne? Es muss natürlich jetzt nochmal so sowas kommen. Alles andere wäre ja auch blöd. Das wäre ja keine Herausforderung, einfach so das Wappen zu bekommen. Ja, geht doch. Blödes Viech. Ah, gucken wir hier jetzt noch eine Säule. Ich hab keine Ahnung, wie viele ich jetzt schon... Hat jemand mitgezählt, wie viele wir schon haben? Aua. Da, rücken wir hier. Oh, shit. So. Äh. Äh. Nein. Dammt. Ich muss ja oben an das Ding dran klatschen, ne? Komm mir ja sonst nicht. Höh. Höh. Mist. Komm ich da hin? Muss ich wahrscheinlich doch rüber erst. Nääää. Alles andere wäre nicht allantwortwürdig. Das stimmt. Das stimmt. So. Gieß die Bogen. Echt? Also. Ja, gut. Kann ich probieren. Bisher hatte ich das noch nicht ausprobiert mit dem Bogen. Nein, geht nicht. Bogen geht nicht. Ich muss dran hüpfen. Geht nicht. Oh. Bzz. So. Nein. Mann. Scheiße. Immer beim letzten. Mh. Äh. So. Ei, 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 ei. So. Okay. Wo hilft mir denn jetzt mal rein? Vor lauter Schreck. Nehme ich hier oben rein. Ach, hier war ich doch auch schon. Mann, oh. Oh. Halt. Ich glaube, hier drüben war ein Durchgang, ne? Da. Gut. Gehen wir mal da rein. Da waren wir auch noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ach. Hier war ich doch auch schon. Gut, ich gehe nochmal in den ersten. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Da komme ich doch gerade her. Au. Hat jemand von euch einen Hälsch? Ja, danke. Ah, wiedersehen. Geh weg. Oh, Mann. Sind wir nur dieselben Räume jetzt? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Hä? Aha. Aua. Okay, ich bin eben, glaube ich, hier in den ersten reingegangen, ne? In den ersten Eingang. Gehe ich jetzt mal in den zweiten. Hä? Wie habe ich den denn jetzt getroffen? Och, nee. Das gibt es doch nicht. Nur dieselben. Oh, oh. Warum? Okay. Die haben wir. Gut. Äh. Ah. Hier wollte ich doch mal hin. Da oben ist nämlich eine Kiste. Aber die Frage, wie komme ich denn zu dieser Kiste? Hä? Ich will da hin. Ich bin da. Okay. Äh. Ah ja. Gut. So, hier kommen wir zu dem Ding. Oder? Hallo? Wie komme ich denn da hin? Oh, Mann. Hallo? Ich will doch nur zu dieser Kack-Säule da oben. Das gibt es doch nicht. Hä? Verarschen? Ich will nicht hier oben. Wie komme ich denn zu der Kiste? Oh, Mann. Oh. Das ist doch Beschiss. Hier irgendwo? Nee. Guck mal. Oh, ein Heilkraut. Wunderbar. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie da rüberkommen. Aber wie komme ich da rüber? Hier? Mist. Ich werde da. Vielleicht geht es hier oben irgendwo lang. Ich habe keine Ahnung. Menno. Was ist denn das für ein Kack? Hier ist eine kleine Einkerbung drin. Geht der Bildschirm auch ein Stück zur Seite. Hä? Muss man doch irgendwie zu dieser blöden Säule kommen. Warte. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier. Super. Wie komme ich da hoch? Oh, Mann. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt komme ich wieder hier unten raus. Ah. Hä? Hilfe? Wo geht es denn hier raus? Das ist eine Scheiße. Hä? Kann das sein, dass ich irgendwo falsch bin? Ah. Ich habe es geschafft. Was? Wenn du so weitermachst, wirst du heute nicht fertig. Find mal einen Gang hier im Dunkeln. Find mal den Gang. Ey. Gar nicht so einfach. Komme ich denn jetzt raus? Hallo? Da. Oh. Oh, geschafft. Scheiße. Oh. Oh, nicht schon wieder. Schon wieder hier. Mann. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich zu dem ersten Gang komme. Und da, wo ich da eigentlich hin muss. Ah. Ah. Oh, ich weiß ja nicht mal. Ich weiß ja nicht mal aber, wie das war, wie das alles ist. Oh, ich weiß ja nicht mal. Vielen Dank.